Nicole's Spielzeugwelt Hallo Freunde, Dadin und ich machen Puzzle. Wir haben schon lange kein neues Puzzle mehr gemacht und immer die gleichen Puzzle zu machen, macht keinen Spaß, aber ich habe eine Idee. Sehr gut, Dadin, du hast die Puzzle fertig gemacht und jetzt... Dadin, wir machen jetzt unser eigenes Puzzle. Ich bin ein Kaffee, der wir in den Kaffee machen. Ich habe das Rappen und ich mache das Rappen. Ich habe das Rappen und ich mache das Rappen. Ich mache das Rappen und ich mache das Rappen. 1 bis 5 Liter 1 bis 6 Liter 1 bis 6 Liter Zitzen. Jetzt können wir die Puzzleteile, die wir gemacht haben, an ihren richtigen Platz setzen. Das ist ein Quadrat und das ist ein Kreis. Das ist Dedins neues Puzzle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.